Es ist nichts besser, als eine gute Pogoda und eine gute Kampagne. Aber auch wenn die Pogoda uns nicht erinnert, wir können uns ein Weihnachtsmann zusammen mit Expresshop und Grillmaster. Das ist unser bester Produkt unserer Tele-Magazin. Und wir sind froh, meinen Kollegen Wolfgang. Hallo, Wolfgang. Alex, grüß dich. Endlich Sommer, es ist Zeit für Grillen. Da haben wir den ganzen Winter drauf gewartet. Jetzt geht's endlich los. Wir machen Ihr Grillfest gelungen mit unserem Grillmaster. Das ist einer der absoluten Top-Seller hier im Expressshop. Was wir besser gemacht haben, das ist, dass wir jetzt keinen Stromanschluss mehr brauchen. Der Grillmaster dreht in aller Ruhe Ihre Spieße. Sie kennen es, wie es normal ist. Beim Grillen einer grillt und der Rest feiert woanders die Party. Und Sie stehen und hopfen, dass das Zeug nicht anbrennt. Während andere dann schön essen und sich unterhalten. Und Sie stehen immer alleine am Grill. Das ist vorbei mit dem Grillmaster. Deswegen ist er auch sein Top-Seller. Hier werden in aller Ruhe Ihr Grillgut Würstchen. Hier Schaschlik. Wenn du das sagst. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Das ist perfekt der Sterneküche. Hier Garnelen. Du kannst Fisch. Du kannst Gemüse. Du kannst alles grillen. Alles was du aufspießen kannst, kannst du grillen. Und es wird in aller Ruhe hier durchgedreht mit dem Motor. Bisher haben wir einen Stromanschluss gebraucht. Manche Leute haben im Garten einen Stromanschluss. Aber auf der Wiese am Badesee geht nicht mehr. Das ist jetzt die neue Innovation. Und das ist für mich so sensationell. Wir geben Ihnen jetzt eine Powerbank da mit dazu. Mit dieser Powerbank und dem USB-Kabel läuft nämlich unser Motor. Und das geniale ist, Guck, 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 guck. Ist das lecker? Ich freu mich schon drauf. Wir müssen jetzt ganz schnell die Präsentation machen, dass wir gleich leckere Sachen zum Essen kriegen. Die Powerbank, die packen wir Ihnen mit dazu. Mit der können Sie im Übrigen auch wenn Sie nicht grillen, Ihr Handy aufladen, Ihr iPad aufladen, Ihren Tablet, Ihren Laptop, was auch immer können Sie damit laden. Es ist eine sehr, sehr kräftige Powerbank, damit Sie auch stundenlang grillen können. Der Grillmotor kann bis zu elf Spieße gleichzeitig drehen. Jedes Mal mit ungefähr 300 Gramm. Sie können drei Kilo Fleisch, mehr als drei Kilo Fleisch, Gemüse, Fisch, Garnelen, Schweinefleisch, Rindfleisch, alles was es gibt, können bis zu drei Kilo können Sie drehen und grillen gleichzeitig in einer Ladung. Zwölf Spieße sind mit dabei. Sie sind komplett ausgerüstet. Und wissen Sie was? Wenn Sie jetzt sagen, ich habe ja einen Grill, aber da passt er irgendwie nicht drauf. Erstens, Sie können ihn in der Tiefe verstellen. Sie können ihn angleichen für Ihren Grill. Und wissen Sie, was Sie jetzt machen? Wir schenken Ihnen den Grill gleich mit dazu. Diesen Grill hier vorne, der gehört mit dazu ins Set. Diesen Monat, aber nur diesen Monat und nur wenn Sie gleich bestellen, denn der Vorrat reicht nur begrenzt. Das heißt, Sie müssen gleich bestellen, dann haben Sie ein A. Wenn die Sonne kommt und der Grill fest startet, haben Sie den Grill Master, 12 Spieße mit dem USB Motor, der USB Power Bank, dem Kabel, im Übrigen auch einen Adapter, wenn Sie einen Stromanschluss haben, ist auch ein Adapter dabei, und den Grill dazu. Und das ist es so wichtig. Das ist es so wichtig. Es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Das ist meine Qualität. Sie grillen ja Qualität. Sie wollen ja leckere Würstchen, sie wollen leckeres Fleisch. Aber das Gerät muss auch Qualität haben, dass es lange funktioniert und viele, viele Grillpartys Spaß macht. Das Gerät ist aus Edelstahl. Der Grillmaster ist aus Edelstahl und aus Aluminium. Und jetzt kommt's. Designed in Deutschland von Autoingenieuren. Aus der Autoindustrie. Die haben sich das einfallen lassen. Das ist deutsche Idee. Das ist deutsche Qualität. Das ist einfach hochsensationell. Alles Edelstahl. Edelstahl kennen Sie aus den Großküchen. Edelstahl kennen Sie als absolut sauber. Deswegen nimmt man es in Großküchen her, in Industrieküchen und im Restaurant. So wird er verpackt. Sieht schon fast aus wie eine Schmuckschatulle. Und das ist auch ein Schmuckstück von deutschen Autoingenieuren. Und so ist er verpackt. Die müssen ihn nur ganz leicht aufbauen. Und es sind nur einige wenige Schrauben. Dann ist er aufgebaut. Gut verpackt. Aluminium, Edelstahl. Feinste Qualität. Hier ist der Motor. Und hier sind zwölf Spieße an der Zahl mit verbaut. Auch die Spieße sind Edelstahl. Und sogar der Grill, den wir Ihnen diesmal, aber nur diesen Monat und nur solange der Vorrat reicht, mit dazu packen, der ist aus Edelstahl. Das ist nicht irgendwas. Das ist nicht Trompetenblech. Das ist ein Edelstahl-Grill mit allem drum und dran für Holzkohle. Sie sind komplett versorgt. Der Sommer kann kommen. Alles, was Sie noch tun müssen, ist die Powerbank ab und zu mal aufladen. Und dann gibt es keine Ausrede mehr, dass heute nicht gegrillt wird. Aber kannst du mir vielleicht sagen, für wie viele Stunden reicht das? Für mehrere Stunden. Es kommt darauf an, wie viel du draufpackst. Wenn du nur zwei, drei Spieße hast, dann kannst du fünf Wochen lang grillen. Sag ich jetzt einfach mal. Wenn Sie natürlich vollpacken, alle Nachbarn einladen, ganze Familie ist da, dann braucht man natürlich, die Powerbank hält aber auf alle Fälle einen kompletten Grillabend durch. Das heißt, Sie können sich keine Sorgen machen. Deswegen legen wir auch die extra große Powerbank mit dazu. Ganzen Grillabend kein Problem. Und wissen Sie was? Wenn Sie aufgehört haben zu grillen, dann laden Sie Ihr iPad damit oder Ihr iPhone. Es ist immer einer dabei, das ist nicht mehr geladen. Oh, es geht nicht mehr. Zack. Einfach anschließen mit dem Kabel, so wie Sie es gewohnt sind. Denn diese Powerbank ist auch eine ganz normale Powerbank. Und wenn Sie mal im Winter nicht grillen, tun Sie es in die Handtasche, in die Jackentasche. Da haben Sie immer Strom dabei für Ihr Handy, für die iPads, für die Tablets, was auch immer man so hat. Der hat im Übrigen einen Ladezustand. Also die läuft jetzt hier schon. Wir haben schon zwei Lagen gegrillt. Und der hat jetzt gerade mal ein Lämpchen weniger. Drei hat er noch. Also wir können noch, glaube ich, zehn Kilo Grillgut heute noch grillen. Wir können das Ganze tief verpföstigen und die Nachbarn auch noch dazu holen. Heute geht keiner leer aus. Also das ist perfekt. Der Grillmaster ist bisher schon ein perfektes Produkt. Guck dir das richtig heute. Warum steht eigentlich der Grillteller bei dir? Das ist eine gute Frage. Ich höre das nicht alles auf die Seite. Aber wir haben jetzt richtig alles. Wir teilen. Aber es ist normal. Der Grillmaster ist eines der beliebtesten Produkte hier bei Express Shop. Weil er einfach sensationell ist. Weil er einfach die Arbeit erleichtert. Weil sie ein Grillfest feiern mit allen zusammen. Und nicht einer steht am Grill und die anderen auf der Terrasse beim Essen. Denn der Grillmaster macht ihre Arbeit. Und er macht sie rundherum. Er macht sie gleichmäßig. Er ist für alle Grills geeignet. Sie können Rundgrill nehmen. Sie können eckige Grills nehmen. Natürlich ist er optimaler für eckige Grills. Guck mal. Was ist dir diesen Fisch an? Ja. Ist der eine Sensation? Aber schau mal, der hat ja ganz schön Gewicht. Ja. Dann würden Sie jetzt vielleicht, machen wir ein bisschen Platz. Pass auf. Nehmen wir die Würstchen hier raus. Und dann hat der Platz, weil der Fisch ist natürlich ein bisschen größer. Aber trotzdem. Wie viel ist das? 600, 700 Gramm Fisch. Schauen Sie, und der Motor packt das Problem los. Der dreht diesen Fisch in aller Ruhe im Kreis. Und trotzdem sind ja die alle anderen Würstchen ja auch noch mit dabei. Sind ja auch noch mit von der Partie. Das nehme ich schon raus. Das ist ja schon fertig. Die Kamelen sind fertig. Ja. So. Und dann noch eine leckere Soße dazu. Und dann packe ich hier gleich noch die Würstchen rein. Geht aber auch ohne. Geht auch ohne. Direkt vorm Spieß ist natürlich genial. Aber es ist sensationell gegrillt von allen Seiten. Sie wissen, wie es ist. Mit Würstchen sieht man es meistens am besten. Die eine Seite ist braun. Die andere Hälfte ist immer roh. Und dann ist nochmal die nächste Seite wieder braun. Und wenn man nicht aufpasst, ist eine Seite schwarz. Und man kann es sowieso wegwerfen. Das passiert Ihnen nicht mehr mit dem Grillmaster. Denn hier wird alles mit mehreren Umdrehungen pro Minute gedreht in aller Ruhe. Und es ist perfekt durch. Es ist perfekt gar. Es schmeckt perfekt. Es hat eine perfekt gegarte Oberfläche. Und auch eine entsprechende knusprige Oberfläche. Das gehört auch mit dazu. Denn wenn Grillgut immer auf der gleichen Seite gegrillt wird, dann wird es auf der einen Seite hart und das andere ist roh. Und das schmeckt dann nicht. So ist es perfekt. Und schauen wir den Fisch an. Auf den freue ich mich am allermeisten. Ich freue mich jetzt schon gleich, wenn es losgeht. Aber ich möchte Ihnen noch was zeigen. Wir haben nämlich hier bei Express Shop auch eine Menge anderer Grills. Wir schenken Ihnen einen mit dazu. Wir schenken Ihnen den hier nochmal zu unserem Grillmaster. Aber nur diesen Monat und nur solange der Vorrat reicht. Also bitte schnell anrufen. Guck, wie schnell das geht. Wie schnell das geht. Perfekt. Es ist unglaublich. Also ich will nicht mehr ohne Grill. Damit wir schnell zum Essen kommen. Also ganz schnell. Es gibt bei uns fantastische Grills. Sie können auch andere Grills bei uns bestellen. Wir haben zum Beispiel Smoker. Einen echten amerikanischen Smoker. Das ist was Besonderes. Das ist für die absoluten Grillfans. Da kommt hier die Holzkohle rein. Und du kannst hier direkt grillen. Und du kannst auf der anderen Seite hier Sachen räuchern. Hier wird geräuchert mit heißer Luft. Und das Ganze mit wie eine Dampflok. Einem Kamin. Sensationell. Toller Preis. Was wir da sagen. Die Grillschürze ist auch eine Sensation. Denn die Grillschürze ist was absolut für die Fußballfans. Ich finde die toll. Eine Kelle. Ein Griff. Hier ein Spieß. Und sogar der Handschuh. Damit man sich die Fingerchen nicht... Hier habe ich ja noch extra... Das ist das für eine Flasche. Da kann man auch die Bierflasche rein. Und Tor. Was dazu kommt. Sie können bei uns im Express Shop auch diesen sensationellen Grill kaufen. Den Ideal Grill. Das ist ein riesen Ding. Da kann die ganze Familie grillen. Selbstverständlich auch passt hier der Grillmaster drauf. Ganz klar. Der Grillmaster ist original vom Express Shop. Bei mir ist schon alles soweit. Ich zeige den Leuten noch schnell die anderen Grills. Damit sie sehen, was wir alles haben. Den hier kriegen sie geschenkt. Der gehört mit dazu zum Grillmaster. Nur diesen Monat. Außerdem im Express Shop haben wir hier den Mangal Presidente. Präsidente. Das ist der Chef. Das ist der Chef unter den Grills. Mit einer eigenen Ablage, die Sie zuklappen können. Hier können Sie Sachen garen. Sie können es aber auch verwenden als Ablage. Grillrost, Holzkohlegrill. Sensationelle Qualität. Mit Klappbeine zum Einklappen. Damit können Sie diesen Grill überall hin mitnehmen. Und können diesen Grill praktisch einfach aufstellen. Und er braucht auch nicht viel Platz. Wenn Sie ihn verstauen, wenn Sie ihn in der Gartenhäuschen stellen, braucht er nicht viel Platz. Tolle Geschichte der Präsidente. So, wir sind aus. Ui, es ist so weit, es wird vergessen. Das ist ja mein Schott für dich. Wollt ihr Kolleginnen, буквально за эти считанные минуты мы вам представили то, что может наш удивительный Grillmaster. Мне нечего добавить. У нас сегодня в магазине очень много предложений, поэтому заказав сегодня один из лучших товаров нашего телемагазина, вы получаете в подарок Mangal Mega. Но, как уже сказал Wolfgang, у нас есть различное множество этих предложений. Заходите к нам на сайт express-shop.tv. У нас есть множество предложений. Вот такие вот дополнительные наборы, которые вы можете заказать в подарок. Вы можете сделать себе какие-то приятные вещи. Ну и просто разнообразьте именно ваше проведение во время гриля. Разнообразьте вашего супа. Ну и просто сделайте приятное и полезное вашим близким. Готовка шашлыка до сих пор происходила по принципу один за всех и все без одного. Но даже так избежать подгорания не всегда удается. Овощи уже подгорели, а мясо еще не готово. Компания Rentschler Line раз и навсегда оставит в прошлом все это. Вашему вниманию представляется оригинальный гриль-мастер, сделанный в Германии. Гриль-мастер от Rentschler Line – это полностью автономная система из нержавеющей стали для равномерной готовки шашлыка. Он собирается в считанные минуты и подходит для мангалов любого размера и формы. Но главная его особенность – это мощный, но компактный мотор, работающий от миниатюрной электростанции. USB Power Bank – это не просто заряжающаяся батарея. С ним вы сможете готовить ваши шашлыки до 10 часов без перерыва. Также вы сможете подзарядить свой смартфон или использовать его в качестве фонаря. Теперь гриль-мастер будет делать за вас всю утомительную работу, а вы наконец-то сможете отведать вкуснейший шашлык вместе со своей семьей и друзьями. Уважаемые друзья, специально к майским праздникам и в течение всего месяца у вас есть возможность заказать гриль-мастер и получить в подарок не только 12 шампуров, не только Power Bank, но что самое невероятное – мангал-гриль из нержавеющей стали, на котором вы сможете приготовить вкуснейшие шашлыки при помощи гриль-мастера. Это ли не повод прямо сейчас открыть гриль-сезон? Эта невероятная акция действует только в мае, так что успейте сделать заказ прямо сейчас! Продолжение следует...